Bei uns am Job arbeiten wir vielmals von fünf bis am Nachmittag um sechs, sieben und da sind wir bis zu zwölf Stunden am Freien. Und wenn es am Morgen anfängt, die Sonne anfängt zu scheinen, dann gibt es bis am Abend einen schönen Sonnenbrand. Und vom Körperlichen her, das ist nicht die Schehera. Du musst halt viel trinken, viel schmieren und nicht sparen mit der Creme. Leichtes Essen, dass du gut vertaust, viele Obst, Bananen essen wir jetzt viel und viel trinken. Bis zu vier Liter, vier und eine halbe Trinken musst du am Tag, das brauchst du. Du schwitzt es eh wieder raus und ein bisschen den Schatten suchen, wenn es geht.